Konten, Sparbücher, Wertpapiere, gepaart mit individueller Beratung und bedürfnisorientierten Verkauf. Kurzum die Welt des Kundenbetreuers, der Kundenbetreuerin. Genau darum geht es im heutigen Jobt. Mein Name ist Dominik Heinz und ich heiße dich herzlich willkommen bei Jobt. Klingt in der steiermärkischen Sparkasse Filiale in St. Peter zu sprechen. Sie wird dir heute klar machen, was dich als Privatkundenbetreuer, Betreuerin erwartet, was du vielleicht noch nicht über den Job in einer Bank wusstest und wie du dich bewerben kannst. Liebe Ada, schön, dass du da bist. Hallo Dominik, danke für die Einladung. Zum Start kommen wir jetzt auch schon zur Jobt Minute. Bedeutet konkret, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, deine Arbeitgeberin vorzustellen. Nach 45 Sekunden erscheint ein erstes Signal und nach 60 Sekunden ein längeres. Alles klar so weit? Ja. Gut, 3, 2, 1, Jobt. Hallo, ich bin die Ada. Ich arbeite seit sieben Jahren bei der steiermärkischen Sparkasse. Ich bin sowohl für die Privatkundenbetreuung als auch für die Geschäftskundenbetreuung zuständig. Die steiermärkische Sparkasse ist eine Top-Arbeitgeberin und ich bin wirklich stolz, Teil des Sparkassenteams zu sein. Die steiermärkische Sparkasse ist auch das älteste Kreditinstitut, in der Steiermark. Vielen Dank für die Vorstellung. So viel zur Arbeitgeberin, aber jetzt vielleicht lass uns ein bisschen konkreter über den Job sprechen. Um welchen Job geht es denn überhaupt und vor allem worum geht es in diesem Job? Es geht um den Job als Kundenbetreuerin. Eigentlich geht es sozusagen um die Betreuung und Beratung in finanziellen Angelegenheiten. Jeder Mensch hat Wünsche, Pläne, Ziele und unsere Aufgabe ist es einfach unsere KundInnen auf diesem Weg zu begleiten und sie zu unterstützen. Und wer passt jetzt genau zu dieser Stelle? Ja, also wir wünschen uns MitarbeiterInnen, die gerne kommunizieren, die gerne mit Menschen arbeiten, die sich gerne weiterentwickeln möchten, die Lernbereitschaft mitbringen. Also kurz zusammengefasst, wir wünschen uns MitarbeiterInnen, die an sich glauben. So lautet auch unser Motto, glaub an dich. Vielleicht jetzt zu dem Job. Wie genau messt ihr Erfolg in dieser Position? Das heißt, wie wird Leistung gemessen bzw. auch bewertet? Wir haben in der steiermarkischen Sparkasse eine breite Produktpalette, worin wir unsere Kunden bedürfnisorientiert beraten. Diese Produktpalette beinhaltet zum Beispiel Sparprodukte, Finanzierungen, Wertpapiere, Versicherungen etc. Weiter ist uns eigentlich die Qualität in der Kundenbetreuung und Kundenberatung sehr, sehr wichtig. Es gibt für mich als Kundenbetreuerin nichts Schöneres, als wenn ich halt quasi lange Kunden betreue, wenn meine Kunden mit mir zufrieden sind, wenn sie mich weiterempfehlen. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass ich das, was ich tue, auch gut tue. Unsere Arbeit wird natürlich auch bewohnt. Also neben den fixen Gehaltsbestandteilen gibt es auch variable Gehaltsbestandteile. Also auf jeden Fall klingt der Job schon sehr vielseitig. Was ich mir jetzt frage, bei der ganzen Vielseitigkeit, welche vielleicht regelmäßigen oder tagtäglichen Herausforderungen habe ich denn in der Rolle als Kundenbetreuer, Kundenbetreuerin und wie gestalten sich die? Ja, also wie in jedem Job gibt es auch bei uns einige Herausforderungen. Es kann zum Beispiel einmal der Fall sein, dass der Terminkalender voll mit Terminen ist. Das heißt, da muss man mal ab und zu auf diesen Reset-Button klicken, alles löschen und dann neu auf den neuen Termin vorbereiten. Eine weitere Herausforderung ist, stellen halt auch die verschiedenen Kundengruppen dar. Jeder Mensch ist individuell und hat andere Bedürfnisse und da ist es halt einfach wichtig, auf diese Bedürfnisse eben einzugehen. Man muss auch immer up-to-date sein. Das ist auch eine weitere Herausforderung aufgrund dieser ständigen Änderungen. Wir werden da aber schon von unserer Personalabteilung mit regelmäßigen Seminaren oder Schulungen unterstützt. Weil du ja immer von wir redest, interessiert mich jetzt natürlich das Team, in das man da quasi eingebettet ist. Ja, wie sieht die Teamstruktur genau aus bei euch? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben in der Steiermark größere und auch kleinere Filialen. Jede Filiale besteht aus einer Filiale Leitung, einer Stellvertretung und MitarbeiterInnen. Ich darf auch schon seit zwei Jahren die Stellvertretung in der Filiale St. Peter übernehmen. So, und welche Werte lebt ihr als steinmärkische Sparkasse? Also was ist so die Unternehmenskultur, die man bei euch vorfindet? Ja, also unsere Werte sind Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Leidenschaft sowie Regionalität und Nachhaltigkeit. Glaubwürdig sind wir, weil wir Entscheidungen treffen, die verständlich sind und auch nachvollziehbar sind. Wir sind verlässlich als Partnerin, weil das eigentlich die Basis ist für eine langjährige Beziehung. Und Leidenschaft, weil wir uns auch leidenschaftlich für unsere Kundinnen einsetzen. Regionalität oder regional, weil wir die Menschen vor Ort eigentlich verstehen und die regionalen Anforderungen kennen und halt auch in der Region verwurzelt sind. Und Nachhaltigkeit, also allgemein die Nachhaltigkeit war schon ein Thema in unserem Gründungsgedanken von 1825, dass wir einfach die Verantwortung für die Umwelt und für die Gesellschaft übernehmen möchten. Was ist eure Vision als Team, vielleicht aber auch als Unternehmen, als Bank? Ja, also vor circa 200 Jahren oder vor knapp 200 Jahren wurde die Steiermärkische Sparkasse gegründet, mit dem Gedanken, Menschen zu unterstützen und das gesellschaftliche Leben zu fördern. Wir als Filiale sind natürlich auch bemüht, erfolgreich zu sein, indem wir unsere Kunden lange Jahre betreuen, indem wir sie in allen Lebenslagen unterstützen und natürlich auch neue Kundinnen gewinnen möchten. Und warum ist jetzt genau diese Position, diese Stelle ausgeschrieben? Warum sucht ihr da genau? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir sind ein recht großes Unternehmen und haben viele MitarbeiterInnen und aufgrund von Pensionierungen und Karenzzeiten wird die eine oder andere Stelle frei und das ist dann auch der Grund, warum diese dann ausgeschrieben wird. Gut, inhaltlich taugt mir der Job jetzt schon, aber natürlich ist für mich auch wichtig, dass das Gehalt passt. Jetzt frage ich mich, was ist das Gehalt? Ja, wir bezahlen nach Kollektivvertrag plus variable Gehaltsbestandteile. Okay, gibt es darüber hinaus vielleicht auch noch irgendwelche Benefits, die ihr bietet? Ja, Benefits gibt es eigentlich recht viele und zwar haben wir diverse Einkaufsvergünstigungen. Wir haben diverse Vergünstigungen bei den Versicherungen, wie zum Beispiel bei der Krankenversicherung, da haben wir einen Gruppenvertrag. Die Steiermärkische Sparkasse bietet auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an und es gibt in Graz auch noch ein Gesundheitszentrum mit einem Masseur und einem Fitnessstudio. Das können natürlich alle MitarbeiterInnen der Steiermärkischen Sparkasse in Anspruch nehmen. Gut, so jetzt bin ich überzeugt, jetzt frage ich mich aber, wo ich mich oder wie ich mich vor allem bewerbe. Ja, auf der Karriereseite von unserer Homepage sind alle Stellen ausgeschrieben. Wenn die eine oder andere Stelle passt, bitte einfach auf den Bewerben-Button klicken und Lebenslauf und Bewerbung hochladen. Ganz einfach. Wunderbar, ganz einfach und auch schon am Ende sind wir. Vielen Dank, liebe Ada, für die ganzen Ausführungen. Jeder hat, glaube ich, ein gutes Bild über den Job bei euch. Ja, das war es auch schon mit diesem Job zur Position als Kundenbetreuerin bzw. Kundenbetreuer bei der Steiermärkischen Sparkasse. Damit hast du alle wesentlichen Infos und weißt, was zu tun ist. Die Bewährungsmöglichkeiten haben wir über die aber sicherheitshalber trotzdem noch einmal in den Shownotes zusammengefasst. Für weitere Jobs schau gerne bei Jobt auf YouTube, Spotify, sowie auf Apple Podcasts und Co. vorbei, aber auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und natürlich auf www.jobt.at. Ich bin Dominik Heinz und bedanke mich fürs Einschalten bei Jobt.